Wir haben ca. 60% Schweizer Kunden und die kaufen 80% vom Fleischumsatz. Deswegen ist auch gerade bei den Fleischthägen sehr wichtig bei uns, der Schweizer Schnitt. Viele sagen oder lachen darüber, aber die Schweiz hat einfach einen besseren Zuschnitt wie wir. Zurzeit sind wir am Testmarkt mit dem Irischfleisch. Das muss ich persönlich sagen, sehr fein. Wir haben es schon getestet. Wenn es gut weiterläuft, wie es jetzt läuft, dann bekommt es wahrscheinlich das komplette Kaufland. Für mich persönlich ist das Team das Wichtigste, was es gibt. Was der Kaufland sehr gut ist. Es wird jede Minute bezahlt. Faire Bezahlung. Wieso machen wir mit? Wir haben eine einfache, gerade wenige Fleischthäge. Auf Schnörgelei. Die Zeit haben wir nicht. Wir haben keine Fleischthäge und keine Obstthäge oder Palmetäge. Wir haben das Mälder auf. Wir haben die Säge-Täge und die Sammlung zur Kiste an. Wir werden mit Kiste an. Wir haben das Mälder auf. Wir werden die Säge-Täge, oder die Säge-Täge bzw. Wir werden mit einem Mälder auf. Das ist das Mälder auf. Wir werden mit der Säge-Täge.